so moin leute ich bin euer isaac sieger hab gedacht ich stell mich mal ne runde vor hier und ja also ich bin ein let's player ich bin neu hier auf youtube ich mach das alles spaß weil ich hab das schon lange vor gehabt und ich hab da zwei große vorbilder das ist einmal natürlich der Gronkh und zum anderen hier ist ein im europäischen raum unbekannter let's player das ist der markiplier der jetzt amerikaner macht auch was macht er in die games horror games der ist sehr witzig schaut mal rein und auf jeden fall will ich das noch länger durchziehen ja ich spiel was spiel ich denn so ich spiel rpgs shooter vielleicht auch mal so ein bisschen strategie mal schauen auf jeden fall alles was mir so in die hände fällt alles wahrscheinlich ein bisschen ältere spiele aufgrund meiner hardware mein laptop ist nicht gerade der beste aber mal gucken was danach kommt und auf jeden fall wünsche ich euch viel spaß beim schauen von meinen videos ihr dürft mich gerne abonnieren ihr dürft gerne alles kommentieren ihr dürft gerne liken ihr dürft auch teilen ihr dürft helfen mich bekannter zu machen wenn ihr wollt müsst nicht aber wäre schon cool von euch also auf jeden fall viel spaß beim gucken und tschaußen an 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 Vielen Dank.